Hallo, schön, dass Sie heute hier sind. Ich hoffe, Sie fühlen sich heute wohler. Mein Name ist Dr. Lilly. Hallo. Ich freue mich, heute Sie zu sehen. Setzen Sie sich bitte bequem hin. Es gibt keinen Grund zur Heile. Ich werde mich jetzt um Sie kümmern. Okay. Bevor wir beginnen, möchte ich Ihnen noch ein paar Fragen stellen. Um sicherzustellen, dass ich alle Informationen habe. Okay. Wie haben Sie sich in letzter Zeit gefühlt? Kapus in letzter Zeit. Okay, das war Sie beschäftigt, dass. Okay. Okay, ich verstehe. Vielen Dank für Ihre Offenheit. Gut. Das hilft mir wirklich sehr, ein umfassendes Bild von Ihrer Gesundheit zu machen. So. Bevor wir untersuchen, möchte ich noch eine Entspannungsübung mit Ihnen machen. Das wird Ihnen helfen, sich noch wohler zu fühlen. Konzentrieren Sie sich einfach auf die Atmung. Sehr gut. Spüren Sie, wie Ihr Körper sich langsam entspannt. Und noch einmal tief ein- und ausatmen. Sehr gut. Konzentrieren Sie sich einfach auf Ihre Atmung. Das wird Ihnen helfen, die Untersuchung in einen ganz entspannten Zustand zu beginnen. Nun werde ich Ihr Herz und Ihre Lunge abhorchen. Ich lege das Stethoskop sanft auf Ihre Brust. Atmen Sie bitte tief ein- und aus. Noch einmal tief ein- und aus. Ihr Herzschlag klingt stark und gleichmäßig. Nun werde ich Ihre Lunge noch abhorchen. Das gleiche gleich noch mal. Alles klar. Atmen Sie tief ein- und halten Sie kurz die Luft an- und jetzt ausatmen. Perfekt. Ihre Lunge klingt stark und gut. Jetzt werde ich Ihre Gesichtsmuskeln überprüfen. Lassen Sie sich dabei einfach von meinen sanften Berührungen leiden. Ich beginne mit Ihrer Stirn. Okay. Ich streiche einmal ganz hart und sanft meine Stirn. Okay. und gehe zur Wange über. Und noch. Spüren Sie sich Ihre Gesichtsmuskeln sanft ab das Daumen? Jetzt werde ich Ihre Gesichtsmuskeln überprüfen. Ich schließe Sie dabei den Mund. Ich öffne den Mund jetzt ganz leicht. Ich möchte jetzt noch Ihre Augen testen. Bitte folgen Sie mit Ihren Augen, mein Finger. Ich bewege Ihn langsam nach links, nach rechts, nach oben und nach unten. Ihre Augen folgen der Bewegung. Ja. Perfekt. Ja. Gut. Jetzt leuchte ich kurz mit einer kleinen Taschenlampe ihre Augen. Alles sieht in Ordnung aus. Da Sie heute ein wenig verspannt wirken werde ich Ihnen noch eine Nackenkopfmassage geben. Lehnen Sie sich einfach zurück und entspannen Sie sich. Ich beginne mit einer sanften Bewegung an Ihrer Schläfe. Sollte dich wieder? Das war die Sache. Und jetzt gehen Sie auf die Schnee? Das war die Schnee! Most De anderen sind Sie vertreten. Das war die Schnee! Deine der années. Und jetzt vor der Schnee diesen Aufschlag. Ja, ich glaube, dass es hier nicht mehr aufschlag. Das war das. Und arbeite mich langsam zu Ihren Nacken vor. Und ich werde Ihnen eine Spritze gegen die Schmerzen geben. Das wird Ihnen gut tun. Okay. Noch eine gegen die Schmerzen. Und hier. So. Und jetzt werde ich einen Akkupunkt einmal an Ihren Nacken entlang. Okay. Prima. Okay. Gut, so entspannt. Ich hoffe, dass sich das gut anfängt. Das war schön. Prima. So, jetzt werde ich Ihren Kopf massieren. Ich werde jetzt ganz langsam beginnen, Ihren Kopf zu massieren. So, jetzt werde ich Ihren Kopf machen. So, das war so schön. Sie haben das wunderbar gemacht. Es war mir eine Freude, mich um Sie zu kümmern. Denken Sie daran, sich immer gut um Ihre Gesundheit zu kümmern? Wenn Sie noch etwas brauchen oder Fragen haben, stehe ich Ihnen jederzeit zur Verfügung. Vielen Dank, dass Sie heute hier waren. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag und ich freue mich darauf, Sie bald wiederzusehen. Dann passen Sie gut auf sich auf. Ciao. 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 Ciao.